Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er jetzt selbst auf Twitter mit. Bayern verkürzt Corona-Quarantäne. Ab dem morgigen Mittwoch müssen Infizierte nur noch fünf Tage in Isolation. Oh, wie kraftisch! Oh, wie kraftisch! Und heute machen wir Signal. Schwere Zeiten draußen. Aber hier wollen wir mal gemeinsam auch ein bisschen schöne Zeiten nehmen. Danke, dass ihr da seid. Ein schöner Ausgang. Wir haben auch die Grünen! Super! Groß, wir haben! Fuck you, I'm drunk! Fuck you, I'm drunk! And I'm going to be drunk till the next time I'm drunk!